Bienvenidos, bienvenidos, herzlich willkommen bei Europa Brasil TV, dem Expertenkanal für Südamerika Reisen. Heute sind wir zu Gast bei Wein Brasilien im Weinladen in Grafing bei München. Dr. Helmut Fritsche und seine Tochter Michelle, sie leitet hier den Weinladen und Helmut ist der Chef. Ihr seid die führenden Importeure für brasilianischen Wein, Wein aus Brasilien. Was hat denn dich dazu gebracht? Erzähl einfach mal deine Geschichte. Also die Geschichte im Jahr 1971, ich war damals Fullbright-Stipendiat in den USA. Und da sind zwei Dinge bemerkenswert. Ich habe dort einen Master of Science geschafft und war so erschöpft, das ist wirklich enorm anstrengend in Amerika. Zu studieren, dass mir der Doktortitel angeboten wurde, ich hätte aber nicht die Zeit gehabt dafür. Und zweitens habe ich da drei brasilianische Kommilitonen gehabt. Die schwärmten mir so von Brasilien vor, dass ich nach dem Studium die ganze amerikanische Westküste von Vancouver bis Lima, also die Panamerika, getrennt bin. Von Lima dann weiter Machu Picchu, Cusco, dann den ganzen Amazonas runter von Manaus bis Belen. Und von dort ging ich dann nach Sao Paulo. Der größten Stadt Lateinamerikas war damals, die boomte damals. Mir gelang es relativ schnell, und zwar innerhalb von vier Wochen, vier tolle Jobangebote zu haben. Und ich fing dann bei Bayer do Brasil an und war dann insgesamt sechs Jahre in der deutschen und in der amerikanischen Industrie und darüber hinaus noch vier Jahre an der Universität von Sao Paulo als Hochschullehrer. Jetzt überspringe ich mal ein bisschen. Ich habe dann geheiratet und habe dann im Laufe der Jahre eine fünfköpfige Familie gegründet. Michelle ist die Jüngste. Die ist nämlich sechs Wochen alt gewesen, als wir 1982 zurückkamen nach Frankfurt. Dort habe ich angefangen als Unternehmensberater und blieb dann viele, viele Jahre als obere Führungskraft und auch als Gesellschafter in der chemischen Industrie. Wie ging es dann weiter? So mit der Familie, die sind ja alle aus Brasilien. Wir fuhren dann praktisch alle zwei Jahre mit der Familie nach Brasilien. Und so ergab es sich, dass 2004 wir das erste Mal in den Bundesstaat Rio Grande do Sul kamen. Das ist ja ein sehr weit entwickelter Staat, ganz im Süden von Brasilien an der Grenze zu Uruguay und zu Argentinien. Mich hat das damals nie interessiert. Ich kannte bis dann alle Bundesstaaten außer diesem einen. Und dann besuchte ich die Casa Valduga. Wir erzählen darüber noch etwas. Dort traf ich den Eigentümer, den Juarez Valduga, auch ein Abenteurer ersten Ranges. Ich gehe da gleich etwas weiter drauf ein. Und ich habe ihn angesprochen, sag mal, du hast du Interesse daran? Ich bin der und der, habe ganz wenig Ahnung von Wein, aber ich traue mir zu, euer Weingeschäft in Deutschland aufzubauen. Handschlag und dann ging es los. Und im Laufe von einem Jahr haben sich da insgesamt sechs Weingüter für mich interessiert. Und ich importiere inzwischen von sechs Weingütern den Wein. Wirklich, ich hatte damals null Ahnung. Ich wusste, dass es Weißwein gibt und Rotwein. Wie ging es dann bei dir los? Wie bist du in das Geschäft deines Vaters eingestiegen? 2004, als meine Eltern eben im Bundesstaat Rio Grande do Sul waren und die Casa Valduga besucht haben, war ich in Dubai im Ausland. Und meine Eltern haben mich zu dem damaligen Zeitpunkt angerufen und gesagt, Michelle, wir fangen jetzt an, Weine aus Brasilien zu importieren. Ich muss gestehen, bis dato wusste ich selber nicht, dass es Wein aus Brasilien gibt, geschweige denn guten Wein. Und meine Eltern haben mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, den Vertrieb hier in Deutschland für Wein Brasilien zu übernehmen, wenn ich zurückkomme. Und nachdem ich geplant hatte, 2005 wieder nach Deutschland zurückzukommen, habe ich gesagt, gute Idee, wir probieren das jetzt einfach mal. Und habe dann angefangen, ganz klassisch wirklich bei den Fachhändlern, bei der Gastronomie, bei der gehobenen und Sterne Gastronomie anzuklopfen und unsere Weine vorzustellen, was nicht immer ganz einfach war, um ehrlich zu sein zu Beginn. Aber wir haben es dann doch Gott sei Dank geschafft und haben mittlerweile doch ein sehr großes Publikum und tolle Stammkunden und befreundete Sommeliers, weil ich mein Sommelier noch gemacht habe, die da sehr begeistert von sind. Brasilien ist ja ein riesiges Land. Wo sind denn die wichtigsten Weinanbaugebiete? Ganz im Norden, wenn man das so oben sieht, wirklich, das ist das Äquator-nächste Ambogebiet der Welt. Was, am Äquator gibt es Wein? Am Äquator gibt es Wein. Das ist der achte Breitengrad. Und es ist, wie man sich vorstellen kann, unglaublich heiß. Qualitativ natürlich Weine, die zum schnelleren Trinken gedacht sind. Also man sagt, easy-drinking-Weine. Dann das wichtigste Ambogebiet definitiv ist hier unten im Süden, nämlich die Serda Gauscha. Es sind italienische Einwanderer, die da 1875 eingewandert sind. Aus dem Veneto und aus Trento, damals arme, ganz arme Einwanderer, die zum Teil auf den Schiffen gestorben sind. Und die haben das Land bekommen, was die Deutschen noch übrig gelassen hatten, haben dann für den Eigenbedarf gebaut, das Valedus Vinedus ist Ende der 90er Jahre dann aufgelaufen zu einer enormen Form. Ja, ich wollte gerade sagen, Rio Grande do Sul ist ja eigentlich typisches europäisches Einwanderergebiet, wo man auch weiß, dass viele Deutsche dort sind. Aber wie ich jetzt höre, auch Italiener, die den Wein kultiviert haben. Absolut. Das sind alles Italiener. Der ganze brasilianische Weinbau, kann man so sagen, ist fest in italienischer Hand. Und die haben angefangen Ende der 90er Jahre, die waren 20 Jahre hinter Chile und Argentinien und haben dann mit enormen Anstrengungen den brasilianischen Wein nach vorne gebracht. Darf ich nochmal ergänzen, das ist ja ein Bild, wo Michelle eben erzählt hat, vom Rio San Francisco, dem nächsten Äquatorgebiet der Welt. Es ist alles künstliche Bewässerung. Im Winter ist es brach, Frühling werden die ersten Tropfen, Sommer und Herbst. Und das dreht sich zweimal im Jahr. Das heißt, es wird hier dauernd geerntet. Und das andere Weinbaugebiet in Rio Grande do Sul, das sind ja 6000 Kilometer. Richtig. Das sind, wie du sagst, eine sehr große Distanz. Und Rio Grande do Sul, wie gesagt, Bento Goncalves ist die Stadt. Das Schöne ist auch, das Wahrzeichen von Bento Goncalves ist ein Weinfass. Man hat dort primär natürlich die klassischen Rebsorten wie Chardonnay, Merlot, hat aber auch außergewöhnliche Rebsorten wie Tanat, was ja ursprünglich auch aus Südwestfrankreich stammt. Und es gibt nochmal eine ganz, ganz wichtige Amber-Region, nämlich Campania. Das ist an der Grenze zu Uruguay. Dort ist es im Grunde genommen komplett flach. Serra Gaúcha hat so richtig dieses klassische, nostalgische Weinberge noch. Die Campania ist komplett flach und war früher Ackerland. Und auch da gibt es fantastischen Wein mittlerweile. Serra Gaúcha, die erinnert, als ich das erste Mal da gewesen bin, die erinnert enorm an Toskana. So liebliche Hügel, da fühlt man sich von vornherein wohl. Also ich sehe schon, irgendwie müsste man da mal eine Reise dorthin planen. Das wird sich doch lohnen, oder? Können wir sowas mal ins Auge fassen? Unbedingt. Also jeder, der ein bisschen weinaffin ist und Brasilien noch dazu liebt, dann hat man wirklich das komplette Paket. Also es rentiert sich, es lohnt sich, es ist wunderschön. Wann ist denn die Weinlese in Rio Grande do Sul? Die beginnt im Januar und geht bis Ende März, Mitte April, sagen wir mal. Also es ist schon alles ein bisschen zeitversetzt gegenüber uns. Wenn es jetzt ein halbes Jahr ist, zwar immer sowieso der Unterschied, aber dann ist das alles dort ein bisschen früher als bei uns. Also dann könnte man doch am Aschermittwoch losfliegen und erst mal die Gewinnerparade uns reinziehen in Rio und dann mal vielleicht die Iguazú-Wasserfälle anschauen und dann ins Weingut zu Casa Valduga. Das wär's doch. Dazu kommt noch, Casa Valduga hat eine wunderschöne Posada. Posada ist ja eine Mischung aus, sag ich mal, Pension und Hotel, wunderschön gehalten. Und das eben mitten im Weingut, mitten in den Weinbergen. Traumhaft, tolles Essen, tolle Weine und wunderschöne Zimmer. Also wir waren schon des Öfteren dort auch mit Freunden und es ist ganz, ganz toll. Jetzt mal kurz erklärt die Frage, wie gelingt es überhaupt, den brasilianischen Wein oder wie gelang es uns, den hier bekannt zu machen? Ja, das wollte ich gerade sagen, weil mein brasilianischer Wein ist ja nicht von Anfang an bei den Weinkennern hierzulande auf der Liste gestanden. Wie hat der das hingekriegt? An die Tür klopfen, sagen du oder sie, wir haben tollen Wein. Und so hat es Michel geschafft bei den Top-Restaurants, bei den Top-Sommeliers. Ich nenne mal als Beispiel das Aqua in Wolfsburg und den Winkler in Aschau. Einzelhändler oder auch ganz normale Firmen wie Edeka, Direktvertrieb wie Jakob, Gerhard. Kaufhof, da waren wir ja miteinander. Dann den großen Online-Händler wie Nexus. Also das geht schon quer durch die Bank. Und das ist der brasilianische Wein. Wir brauchen nicht groß was zu tun. Wenn Sie sagen, wir sind aus Brasilien mit Wein, die sind erst mal positiv neugierig. Das ist nicht abweisend. Ach, die können das garantiert nicht. Nein, die sind enorm interessiert. Aber wer brasilianischen Wein kaufen will, der sollte doch am besten ins Weinhaus in Grafing kommen. Wir haben natürlich eine enorm große Auswahl an Weinen aus Brasilien. Schwerpunkt ist auch aus Südamerika natürlich Brasilien. Und es wird sehr, sehr gut von unseren Kunden angenommen. Natürlich sind, wie Papa sagt, es ist jeder erst mal positiv aufgestellt, der bei Brasilien einfach auch eine positive Assoziation hat. Aber nichtsdestotrotz muss man doch das ein oder andere Fläschchen erst mal aufmachen, um zu überzeugen, weil man sagt, naja, Brasilien und Wein, mhm. Darf ich unterbrechen? Sehr gerne. Können wir vielleicht mal ein Fläschchen aufmachen? Selbstverständlich. Ja, lass uns doch am besten mal einen schönen Schluck Wein aus Brasilien probieren. Ich habe unseren S-Bomante 130, das ist das Flaggschiff von Casa Valduga, einen wunderbaren Schaumwein, der nach dem Champagnerverfahren, man darf nicht mehr Champagnerverfahren sagen, Entschuldigung, Methot-traditional hergestellt worden ist. Und zwar besteht dieser aus 50% Chardonnay, 50% Pinot Noir und ist für 36 Monate auf der Hefe ausgebaut. Also wirklich wie ein ganz toller Champagner und überzeugt dich am besten selber, wie gut dieser schmeckt. Dazu diese ganz klassische, schöne Brioche-Note mit drinnen, so eine leichte Birnenaromatik mit und eben die Perlage. Wunderschön, sehr elegant. Toll. Übrigens, wo der gemacht wird, das ist die größte Schaumweinkellerei Lateinamerikas, die Casa Valduga. Ich habe hier das Foto nochmal. Kapazität für eine Million Flaschen Wein. Sieben, sieben, sieben. Mittlerweile sieben, oh Entschuldigung, ich verbessere mich. Helmut, eine Sache interessiert mich doch noch. Was ist jetzt das Besondere aus dem Wein, der vom Äquator kommt? Also ich finde das erstmal ein Wunder, was die landwirtschaftliche Fähigkeit betrifft. Die haben ungefähr drei, vier Jahre rumgemacht, um am Äquator überhaupt einen Wein zu bauen. Und dann ist es denen gelungen, die Weine hochzuziehen. Die Weine werden, wie gesagt, zweimal im Jahr rund um die Uhr geerntet. Das ist wirklich toll. Jetzt zum Geschmack. Natürlich ist der Geschmack eines Weines, der zweimal im Jahr geerntet wird. Und der Äquator wächst. Der kann sich nicht mit einem Bordeaux, er kann sich auch nicht einmal mit solchen Weinen vergleichen. Aber er ist ein hervorragender Trinkwein. Wir verkaufen den ganz hervorragend. Ein easy drinking Wein mit einer schönen, fruchtigen Note. Die sind auch nicht süß, falls man das meint. Okay, Michelle, ich habe gehört, ihr wollt euer Sortiment auch ein bisschen ausbauen auf andere südamerikanische Weine. Wie ist denn das fortgeschritten? Richtig, wir werden jetzt, Mitte März ist die größte Fachmesse für Wein in Düsseldorf und zwar die ProWein. Dort werden wir uns, man kann wirklich sagen, auf die Suche begeben nach Weinen aus Argentinien, Uruguay und Chile. Insbesondere natürlich deren Flaggschiffe, nämlich aus Uruguay einen wunderschönen Tanat, aus Argentinien einen schönen Malbec und aus Chile einen schönen Camarnere. Also wir wollen uns wirklich immer spezialisieren. Nicht, dass wir sagen, wir fächern uns breit, sondern explizit diese Rebsorten suchen wir aus den Ländern, um zu sagen, das sind die Flaggschiffe aus Argentinien, Chile und Uruguay. Und natürlich das Portfolio aus Brasilien eventuell noch etwas ausbauen. Also wir nehmen den Schwung mit, den der brasilianische Wein schon hat, um zu erweitern auf Rebsorten, die nur in diesen Ländern, nur in Argentinien, Chile und Uruguay so hervorragend sind. Und da sehe ich, haben wir auch noch schöne Rotweine. Gibt es da auch noch was? Selbstverständlich, Dieter. Wir haben zum einen eine sehr seltene Rebsorte und zwar heißt diese Tanat. Tanat ist eine Rebsorte, die ursprünglich aus Südwestfrankreich stammt und zwar aus dem Madiron. Und das Besondere daran ist, diese Rebsorte ist der Grund, warum man irgendwann gesagt hat, trinkt ein Glas Rotwein am Abend, das ist gesund. Denn die Rebsorte Tanat hat den höchsten Polyphenolenanteil in deren Haut. Also jede Traube hat ja eine Haut und Tanat ist eine sehr dicke Traube, also mit sehr dicker Haut und da hat die den höchsten Polyphenolenanteil. Und Polyphenole ist wichtig für Herz, Kreislauf, Kapillan etc. Wir haben vom Weingut Pizzato, das ist ein ganz kleines, feines Weingut und zwar Flavio Pizzato macht hervorragende Weine. Wie gesagt, wirklich klein und fein. Von diesem Wein gibt es nur 4.300 Flaschen, also doch sehr überschaubar. Und ich würde sagen Saoudi. Saoudi. Und in allen Wettbewerben schneidet speziell dieser Wein ganz hervorragend ab. Der bekommt regelmäßig 90 Punkte aufwärts. Also wir haben jetzt hier natürlich Tanat, muss man ganz klar sagen. Der Name kommt nicht von ungefähr. Ein enorm tanninreicher Wein, sprich die Gerbstoffe sind natürlich etwas dominanter, dennoch schön eingebunden. Man hat so eine ganz angenehme, leichte Waldbodennote, ein bisschen Lakritze, dunkle Schokolade mit drinnen. Der Wein ist für ein Jahr im Barrique auch ausgebaut, auch neues Barrique, also neues Holz. Und Jahrgang 2008, das schön ist. Flavio gibt selber erst seine Flaggschiffe, wie er sie selber nennt. Erst raus, wenn er sagt, sie sind trinkreif, aber noch lagerfähig. Also 2008, wie gesagt, ist der aktuelle Jahrgang. Das ist nicht, dass wir irgendwelche alten Weine verkaufen möchten, sondern der aktuelle Jahrgang. Und wunderbar genießbar Tanat ist allgemein auch wirklich eine Rebsorte, die braucht einfach Zeit. Aufgrund diesen hohen Gerbstoffgehalt. Es lohnt sich zu warten, ja. Das waren eigentlich die Brasilianer und die Urus. Die Urus, die den Tanat überhaupt so weit gebracht haben, dass er nicht nur trinkfähig ist, sondern dass er toll schmeckt. Das ist den Südwestfranzosen nie gelungen. Ich würde jetzt gerne noch, dass wir das Flaggschiff von der Casa Valduga probieren, und zwar den Grand Raises, Jahrgang 2012. Eine schöne Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Tanat, 60, 30, 10 im Prozentanteil. Und auch für zwölf Monate im Barrique ausgebaut. Allerdings, bei diesem Wein, weiß ich, möchte meine Mutter unbedingt gerne mitprobieren. Und dann hat sie eine ganz tolle Brombeernote, leichtes Zedernholz. Tannine sind sehr, sehr schön, sehr rund eingebunden. Man hat, wie gesagt, selbst durch das, dass er im Holz ausgebaut ist, keine unglaublich prägnante Holznote, sondern sehr dezent, sehr elegant. Ein Wein, den ich persönlich sehr zu Schmorgerichten empfehlen würde oder zu Wildgerichten mit Rehe, Ragout zum Beispiel. Elegant und schön. Super, und der Mama schmeckt es auch. Schmeckt es sehr gut. Hervorragend. Super, aber hin und wieder gibt es bei euch auch mal so zwischendrin Kaipirine, oder? Aber nur mit dem guten Cachassa. Okay, ich würde sagen, das war es wieder mal von Rupert Brasil TV, dem Expertenkanal für Südamerika-Reisen. Ich würde mich freuen, wenn Ihnen die Reportage gefallen hat über Wein aus Brasilien. Und wenn Sie unseren Kanal liken, kommentieren und vielleicht auch abonnieren. Até logo, ciao. Vielen Dank, Dieter. Vielen Dank, Dieter, vielen Dank. Vielen Dank.